Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Ein ganz großes Highlight, wo wir auch sehr stolz sind, ist die neue Glasbrüstung, die wir jetzt anbieten können. Hier haben wir eine Lösung gefunden, um nahtlos eine Glasfläche dann auch anbieten zu können. Der Unterlauf der Kante wird schön abgedeckt und bietet somit natürlich auch eine sehr ambitionierte, aber sehr schöne Lösung, um das dann abzubilden. Eine weitere Neuheit ist natürlich, dass wir uns immer weiter ausbauen, die bestehenden Produkte ein bisschen innovativer werden lassen. Das sieht man daran, dass wir beispielsweise die X-Wall etwas verbessert haben. Wir haben nicht nur diese Kanten-Einspeisung, die wir vorher hatten, sondern können die jetzt auch hinterleuchten mit einem Teppich. Das führt dazu, dass wir die Möglichkeit haben, ein schönes Ambiente mit dem Licht hinzubekommen und die Ausleuchtung natürlich ohne schwarze Flecken oder ohne irgendwelchen anderen Störungen hinzubekommen. An sich ist eine Neuheit sicherlich auch die Decke von Syma System. Wir haben jetzt mit einer Lösung hier an der Decke auch sichtbar dann wirklich etwas entwickelt, wo wir keine wirklichen Systemanwendungen mehr sehen können. Das bedeutet, es sieht aus hier wie in einem Ladenbau beispielsweise auch und hat diesen Systemcharakter nicht mehr so offensiv wie das alte Modell. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann ist es entweder ein Produkt, was ich nur einmal verwende oder ein Produkt, das ich nach öfter maligem Verwenden dann recyceln muss oder entwerten muss. Hier ist es so, mit diesem Systemgedanken haben wir natürlich den Puls der Zeit, die Sustainability auch mit aufgegriffen. Wir haben ein System entwickelt, welches immer wieder verwendbar ist und deshalb haben wir hier die Möglichkeit, dieses System auch unseren Kunden anzubieten in einer Form von Nachhaltigkeit, um es länger zu verwenden.